Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns an, warum wir keine Angst vor dem aktuellen Pullback haben sollten. Außerdem gucken wir uns an, ob man den Bitcoin mit Aktien vergleichen kann. Hier geht es vor allem um das Beispiel Bitcoin vs. Amazon Aktien. Und zu guter Letzt blicken wir noch auf das Thema mit dem Regulierungsecho, was hier verschiedene Themen in Bezug auf regulatorische Behörden usw. zusammenfasst. Wie gerade schon angekündigt, gucken wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um den aktuellen Pullback, den wir ja alle miterlebt haben. Wir wissen, dass der Bitcoin von seinem Hoch dieses Jahr 14.000 Dollar nochmal ordentlich gefallen ist. Aktuell liegen wir so bei 8.100, 8.200 Dollar. Der Bitcoin fängt sich wieder. Die Volatilität ist gerade nicht wirklich hoch. Wir bewegen uns eher seitlich. Und das, was natürlich ganz klar hier hervorsticht, ist die Hoffnung von verschiedenen Personen, dass wir in Zukunft nochmal ein bullisches Momentum sehen werden. Und das ist auch das, was hier quasi nochmal zusammengefasst wurde. Denn wir haben natürlich einige Bullen, die sich dann auf die historischen Werte und auf die historischen Indikatoren usw. berufen. In dem Fall geht es hier vor allem um Josh Rager, der genau das nochmal hier in den Vordergrund holt. Denn ganz klar, wir haben ähnliche Szenarien bereits in der Vergangenheit erleben dürfen. Und zwar haben wir alleine 2013 einen Rückgang von 75% innerhalb von 89 Tagen miterleben dürfen. Und danach ist der Bitcoin um knapp 1.600 Mal gestiegen. Das ist natürlich ein extremes Wachstumsmomentum, was wir dort erleben durften. Und das führt natürlich dazu, dass die Bullen grundsätzlich davon ausgehen, dass wir hier ein ähnliches Momentum in der nächsten Zeit sehen werden. Die Hoffnung ist natürlich, dass diese Dinge passieren werden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir natürlich nicht, ob das wirklich stattfindet. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich grundsätzlich gegeben. Aber man kann sie nicht wirklich betiteln. Denn, wie wir alle wissen, ist der Bitcoin nun mal so, wie er ist. Der ist eben nicht 100% prognostizierbar. Und ich glaube vor allem dann, wenn wir hier sehr gute Fundamentaldaten sehen, wenn wir sehen, dass die Entwicklung des Bitcoins weiter voranschreitet, dann können wir hier definitiv nochmal einen entsprechenden Anstieg des Bitcoins sehen. Und ich glaube auch, die 14.000 Dollar sollten theoretisch überwindbar sein in diesem Jahr. Und das ist auch das, was hier zum Beispiel die Analystin von ARK Invest, Yassine El Madiara, hier nochmal dargestellt hat. Denn sie hat sich auch nochmal auf die Jahre 2011 bis 2013 und 2015 bis 2017 hier bezogen. Und wendet das dann auf die aktuelle Zeit an. Und geht auch davon aus, dass wir hier nach einigen Monaten nochmal einen entsprechenden Pluswert hier sehen werden. Die Frage ist natürlich, ob es passiert. Und ich persönlich, wenn es um meine eigene Meinung geht, ich glaube daran, dass es passieren wird. Die Frage ist eben aber, wann es passieren wird. Und da müssen wir uns wahrscheinlich noch bis 2020, vielleicht 2021 gedulden, bis tatsächlich es soweit ist, dass wir diese Werte sehen werden. Also das heißt auch die 14.000 Dollar übersteigen, vielleicht sogar die 20.000 Dollar übersteigen. Denn gerade wenn es um das Thema Harving geht, da wird es ja doch nochmal einiges an spannende Aktivitäten geben, wenn man das so kurz fassen möchte. Und das sind Dinge, auf die ich mich auf jeden Fall riesig freue. Denn hier bestehen auf jeden Fall Möglichkeiten, dass der Bitcoin nochmal ordentlich ansteigt. Wir gucken uns das zweite Thema an. Und hierbei geht es so ein bisschen um den Vergleich zwischen Bitcoin und Amazon-Aktien. Eigentlich ein ziemlich weit hergeholter Vergleich aus meiner Sicht. Denn Kryptowährungen sind nun mal nicht beeinflussbar durch politische Entscheidungen bis zum gewissen Grad natürlich schon, ganz klar. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Handelskrieg, so wie wir ihn aktuell erleben, hier stattfindet, dann hat das natürlich stärkere Auswirkungen auf Unternehmen, die hier auf den Handel angewiesen sind. Und Amazon wird auch dazugehören. Da hingegen hat das der Bitcoin halt viel, viel leichter. Er ist nicht regulierbar und er ist absolut dezentral. Und das sind natürlich diverse Vorteile, die der Bitcoin mit sich bringt. Das heißt also, diese ganzen Politikstreitigkeiten, die tangieren ihn überhaupt nicht. Und dennoch wurde er jetzt miteinander verglichen. Das heißt also, der Bitcoin und die Amazon-Aktien. Und dabei ging es um den Chief Investment Manager von Morgan Cree, Capital Management. In dem Fall Marc Yusko, der mit CNBC ein Interview führte und hier angefangen hat, Vergleiche anzustellen. Also geht es zum einen um den Aufstieg des Bitcoins in den letzten zehn Jahren. Und man verglich das mit dem Aufstieg von Amazon einige Jahre zuvor. Das heißt also, vor diesen zehn Jahren. Und da versucht man natürlich, die entsprechenden Zahlen irgendwie in Einklang zu bringen. Das ist sicherlich nicht ganz so leicht, bietet aber auf jeden Fall spannende Möglichkeiten. Und das gucken wir uns einmal an. Es geht also hier vor allem erstmal um Melissa Lee's Sorgen, dass der Bitcoin nach dem Dump auf 8000 Dollar nicht nochmal steigen kann. Und das ist genau das, was dann die Person, in dem Fall Marc Yusko, hier also klarstellen wollte. Hey, wenn der Bitcoin fällt, dann bedeutet das nicht, dass er auch weiterhin fallen wird. Denn ja, zum Beispiel Amazon hat das auch hinbekommen, obwohl es Schwankungen gibt oder obwohl Assets grundsätzlich schwanken, dass sie dennoch es geschafft haben, auch in der Zukunft wieder zu steigen. Klar hat man beim Bitcoin immer noch eine höhere Volatilität. Ich glaube, das ist auch jedem bewusst. Aber dennoch soll aus seiner Sicht hier die Möglichkeit bestehen, dass man diese Dinge in Einklang bringt. Und dann waren seine Aussagen in jedem Jahr, auch in diesem hat es einen zweistelligen Rückgang gegeben. Durchschnittlich 31%, 2 mal 90%. Wann war der richtige Zeitpunkt für den Verkauf? Nie. Alle Indikatoren des Netzwerks und der Netzwerkwerte steigen. Bedeutet also, für ihn ist das so, dass man niemals den richtigen Zeitpunkt finden wird, um zu verkaufen. Aber es gibt immer den richtigen Zeitpunkt, um zu kaufen. Denn in dem Fall geht es auch vor allem darum, dass man den Bitcoin eigentlich nur in zwei kurzen Phasen hätte für sehr, sehr viel Geld kaufen können. Das heißt also, 14.000 Dollar und die 20.000 Dollar wurden hier als Werte genannt. Und ansonsten war das unmöglich, irgendwann zu diesen hohen Werten zu kaufen. Und das macht irgendwo natürlich auch Sinn, wenn man sich die Aussagen anhört und das dann tatsächlich mal auf die historischen Werte dann bezieht. Das ist tatsächlich ja so gewesen, dass wir sehr lange Zeit immer unter dem höchsten Niveau waren. Und da hat es immer Sinn gemacht, tatsächlich zu kaufen, den Bitcoin langfristig zu halten. Das ist ja auch so, dass, oder die Idee, die ja die meisten tatsächlich haben, hodeln, ist ja ein Trendwort dann auch geworden aus der ganzen Situation. Und das machte natürlich dann immer Sinn, weil der Bitcoin halt tatsächlich in den letzten zwei Jahren nur zweimal wirklich ein All-Time-High erreicht hat, wenn man das so runterbrechen möchte. Und da hat also wirklich jeder Tag Sinn gemacht, zu kaufen, bis auf tatsächlich die entsprechenden Höchstwerte. Wir gucken uns das letzte Thema an und hierbei geht es vor allem um das Thema Regulierung. Ein sehr spannendes Thema. Und hier ist natürlich auch letzte Woche einiges passiert. Zum einen gibt es Personen, die sagen, dass Bitcoin weder eine Währung noch ein Finanzprodukt ist. Das sagt in dem Fall die International Financial Reporting Standards Committee, die sich hier also Folgendes gedacht haben. Sie sagten, vom Inhaber getrennt und einzeln verkauft oder übertragen werden und ihrem Inhaber keinen Anspruch darauf gewährleisten, eine feste oder bestimmte Anzahl von Währungseinheiten zu erhalten. Das ist also quasi die Beschreibung von immateriellen Vermögenswerten. Das wäre der Bitcoin also und das macht natürlich ein großes Problem, denn so hat man natürlich weniger Rechte, auch als Unternehmen, die also anfangen, in den Bitcoin zu investieren, um zu diversifizieren. Und da sind natürlich weniger Rechtsgrundlagen dann einfach da. Und das ist natürlich nie gut, gerade wenn man als Unternehmen versucht, wirtschaftlich zu denken und wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Von daher hoffe ich natürlich, dass wir hier nochmal die Anerkennung quasi bekommen. Und da geht es dann weniger um den kleinen Mann, der hier anfängt, in Bitcoin zu investieren, sondern vielmehr um die Unternehmen. Und die natürlich auch, und das ist natürlich die Hoffnung dabei, mehr Geld in den Markt bringen, um den Markt dann zukünftig auch wieder aufzubauen. Dann haben wir hier eine Entscheidung der SEC, einen weiteren ETF-Antrag, in dem Fall von Wilshire Phoenix, zu vertagen. Nichts Neues, wie ich finde, denn solche Dinge haben wir in der letzten Zeit ja sowieso häufiger gesehen, nachdem VanEck jetzt den ETF wieder zurückgezogen hat. Versuchen es einfach andere. In dem Fall geht es vielmehr um einen Trust. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, solche Anträge durchwinken zu können, was ich, wie ich finde, sehr schade finde. Aber die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Und es geht natürlich auch noch um das Thema mit dem BitPhoenix-Prozess, wo es darum ging, dass sie die Zahlen offenlegen sollen, die Bilanzen und so weiter. Hier hat man tatsächlich in der ersten Etappe einen Sieg errungen. Das heißt also, der zuständige Richter urteilte, dass sie nicht dazu verpflichtet seien, der Staatsanwaltschaft ihre Bilanzen zu offenbaren. Natürlich ein sehr guter Schritt, aber das spricht natürlich nicht unbedingt für Transparenz. Das heißt, es kann ja durchaus so sein, dass Binance oder beziehungsweise BitPhoenix in dem Fall nicht unbedingt liquide ist und damit also auch entsprechende Gefährdungen für die Kunden ausgehen. Aber ja, die Gerichte, die haben entschieden und darauf muss man sich natürlich auch verlassen und vertrauen, dass diese entsprechenden Rechtsprüche hier nicht nur geltend gemacht werden, sondern auch eben rechtens sind. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls das so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.